Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Also, ich habe keine Flamme des Schicksals bekommen. Ich bin einfach abgekratzt. Keine Ahnung. War es doch weit genug dann. Hier sind echt heftige Skelette. Hör mal, da waren, wie gesagt, fünf mit Entermessern. Die habe ich gekämpft und drei mit Donnerbüchsen, die mich währenddessen abgeschossen haben. Selbst wenn ich versucht habe, die mit Donnerbüchsen anzugreifen, haben die mit Schwertern all meine Schläge abgefahren. Na, was? Du kannst gleich mal auf meine Aufnahme sehen. Hey, das war so heftig. Und das war verdammt nochmal die erste Wende und ich bin da dreimal gestorben. Mach ich noch auf die Insel was zu essen. Zeit ein bisschen zu rasieren. Die Welle ist gerade echt einfach gewesen. Hier ist es. Ich komme mich um die Beine. Um die Rutsche weg. 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 Alter. Berat. auf zirkel geraten okay der hat doch im kopf hattest du da nämlich gerettet hättest du auch meint sich retten können und war noch warum nicht verkauft hoch kein mensch verkauft erst wenn man auf die aus dem geld alter ich ab bitte alter was hat mich gefragt ich hab's in den Kopf anstatt Essen genommen und dann stand wirklich so Kopf anstieg Alter Du hoch den Sack Heißt der Hammestein? Ne, Ramen Da ist der Ramen Wo ist der Schießfuhrverfassungsstatt der Grog hat? die drei hätten wir damit kurz wegsprengen können und den Tampfverlust verkürzen, aber ich will das nicht mehr. Ja. Versuchen wir sie aufeinander zu kriegen, dann können wir beide beiden Schaden machen. Okay. Das hat sich erledigt. Sorry. Bin wir schnell an Bord. Da ist noch... Oh. Ah fuck, meine Munition. Nicht mehr schlafen. Alles klar, dann bring du an Bord. Ich kann auch nicht um die Schaden stehen, okay? Ich kenn Krassgas, äh, sehr gut. Und du hast noch einen weiteren Schädel. Ich hab überhaupt nicht in einen Schädel gelegt. Ja, der wäre echt scheiße. Ich hasse sowas. Tschüss. Alter, was? Das war ich nur eins. Hier liegt mir einfach mal so eine Schatztruhe. Dicoy, werf sie runter. Oh, du fängst. Ich müsste erst mal das loswerden. Hier. Ah! Ach so, ich hab meine Schatztruhe. Dicoy, fang jetzt mal das loswerden. Mach ich. Mach ich. Ich hab die Lunge gesehen. So, hier. Fahreck in der Hölle. Ich hoffe, der Fährmann holt dich nicht zurück. Glaubt ihr, ihr könnt mich besiegen? Schieß! Und dann schießt ihr jetzt. Daneben. Daneben. Das sieht richtig aus. Das klippig. Also noch nicht. Der eine schießt sein Freund schon mal in der Drücken. Anyway. Wollt ihr das fast treffen oder wie? Ich hab keine Munition mehr. Ach, yes. Oh, ey. Oh, ja. Und unsere essen steht es echt nicht. Sehr gut. Wie siehst du jetzt mit dem Reaper aus? Mit vorne ist ein Reaper in der Nähe von Crack'n's Fall. Und mit der in der Nähe meine ich auch bei Crack'n's Fall. Oh, schau. Und das war's. Nur der eine Reaper. Und der ist sich …